Ein neues Jahr stand vor uns. Jeder hat an seinem Platz, an der Erfüllung unserer Aufgaben mitgeholfen. Große Erfolge wurden in unserem sozialistischen Aufbau erreicht. Durch die Leistungen unserer Werktätigen konnte die Versorgung der Bevölkerung weiter verbessert werden. Auch das Weihnachtsangebot der Konsumgenossenschaften ist reichhaltiger geworden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In den Konsumwarenhäusern, den Konsumverkaufsstellen und auf Sonderverkäufen, vor allem auch auf dem Lande, finden Sie eine große Auswahl an Geschenken für den Gabentisch. Überall werden Sie fachmännisch beraten und gut bedient. Denken Sie daran, rechtzeitiger Weihnachtseinkauf erhöht die Vorfreude auf das Fest. Der Konsum deckt den Gabentisch.